Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab! Ich schreien auf mich zu, sie vergehen eine Straffand. Wir haben das jetzt valizeiisch! Sie gehen zur Polizei! Ich hab's ihr nach ihr aufgefordert. Sie gehen zur Polizei! Auf doch der Anzeige! Sie haben's ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht! Direkt von Da, das dürfen Sie nicht! Sie haben's ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht! Nein, der war jetzt valizeiisch! Sie haben ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht! Sie haben ins Gesicht gefilmt, direkt frontal gefilmt! Sie haben ins Gesicht gefilmt, direkt frontal gefilmt! Sie haben ins Gesicht gefilmt, direkt frontal gefilmt! Sie kommen jetzt mit zur Polizei! Sie sind eine polizeiliche Maßnahme! Sie sind eine polizeiliche Maßnahme, die sich gegen einen Kameramann berichtet. Das ist der erste Frage. Wir kommen hier an. Wir machen gar kein Interview. Sie packt das mit den Journalisten. Wenn Sie jetzt gegen die Fresse hier vorgehen, wir gehen nicht gegen den Präsidenten. Sie gehen gerade gegen den Kameramann vor. Sie sind eine polizeiliche Maßnahme! Was ist der Grund? Was ist denn der Verdacht? Sie haben ins Gesicht gefilmt, das dürfen Sie nicht! Sie haben ins Gesicht gefilmt, direkt frontal gefilmt! Sie haben ins Gesicht gefilmt, direkt frontal gefilmt! Sie finden Sie im Gesicht gefilmt! Down, Sie find es nicht! Sie haben ins Gesicht gefilmt! Sie sind eine Polizeiliche Maßnahme! Untertitelung des ZDF, 2020